Hallo und herzlich willkommen, liebe ASMR-Freunde und Freundinnen zu einem Trigger-Words-ASMR-Video. Mit mir, Whispering Jane, ASMR. Ich habe mir spontan heute dieses Video überlegt und mir dazu viele oder einige ASMR-bezogene Trigger-Words überlegt. Und diese habe ich auf dieses Zettelchen hier geschrieben. Und wir haben hier... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... 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 Neun... Zehn... Elf... Zwölf... Zwölf Wörter für euch oder Laute. Zwei Laute sind dabei. Also keine wirklichen Wörter. Und ich würde sagen, legen wir los. Und du machst es dir schön gemütlich und schön bequem, wo auch immer du bist. Und im Idealfall hast du Kopfhörer in oder auf deinen Ohren, sodass die Entspannung noch etwas verstärkt wird. Und du noch mehr den Binaural, Ohr-zu-Ohr Effekt wahrnehmen kannst. Das erste Wort ist ganz offensichtlich, ganz unspektakulär. A-S-M-R A-S-M-R Autonomous Sensory Meridian Response A-S-M-R Autonomous Sensory Meridian Response A-S-M-R A-S-M-R A-S-A-S-A-S-M-R A-S-M-R Das nächste Wort sehr, sehr häufig verwendet bei ASMR sehr beliebt. Eine beliebte Darbietungsform von ASMR. Und zwar ist es das, was ich gerade tue. Und zwar ist es Flustern Flustern Im Englisch Whispering 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 Flustern 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 Whispering Whispering Flustern Flustern Das dritte Wort ist sanft, sanft, denn bei SMA geht es häufig um Sanftheit, um Sanftgegenstände zu tappen, zu knistern, zu berühren, sanft, sanft, im Englischen soft oder gentle, sanft, sanft, sant gendler, sanft, 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 raised. Soft, gentle, soft, gentle, soft, gentle. Das nächste Wort ist auch als Geräuschkategorie, als Geräuschqualität bei vielen Zuschauern Menschen sehr beliebt. Es ist das Wort genistern, 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 genistern. Genistern, genistern, genistern. Es genistern. Knstan Knastan Krinkle Krinkle Knastan Knastan Genistern, 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 genistern und genistern. Das nächste Wort ist das Wort Ruhe, Ruhe. Denn ASMR hat das Ziel, für Ruhe zu sorgen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe. Ruhe. Etwas Ruhe. Sich etwas Ruhe gönnen. Ruhen. Sich ausruhen. Das nächste Trigger-Word geht damit einher, ist ein Synonym für Ruhe, Entspannung, 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 Entspannung. Ganz viel Entspannung, 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 Entspannung. Entspann dich. Ruhe dich aus. Entspann dich. Entspannung. Entspannt. Entspannung. 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 Das nächste Wort ist ein Laut. Also kein Wort. Und zwar ist es das sehr beliebte. Das nächste Wort ist genau. Das dann irgendwann wie Gis klingt, wenn man es oft genug und schnell sagt. Schi-Ski, Schi-Ski. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Das nächste Wort ist ein Wort, das ich immer und immer und immer wieder in den Livestreams als Trigger-Word gewünscht wurde von meinen Zuschauern, von euch. Es ist das Wort Avocado, Avocado, Avocado. Avocado 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 Avocercado Avocecado Avocecado A-Va-Ca-Doh Avocado 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 Avosecado Das nächste Wort ist das wohl mit Wichtigste bei ASMR, denn das sind die Trigger, Trigger, oder der Trigger, der Auslöser sozusagen. Das können beispielsweise Objekte sein oder eine Stimme oder sanfte visuelle Eindrücke. Trigger, 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 Trigger. Trigger, 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 Trigger. Trigger 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 Bevor ich dieses Video aufgenommen habe, habe ich noch ein bisschen im Internet nach Wörtern recherchiert und habe einfach mal eingegeben Synonyme für sanft und da wurden mir noch zwei weitere Wörter angezeigt und zwar einmal das Wort samtig 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 wie sand samt velvet im Englischen samt samtig 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 und ich finde das klingt ganz schön samtig 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 ist zart 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 ganz zart 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 Samtig und zart, samtig und zart, zart, samtig, zart. Und den letzten Laut, den ich dir nun noch zum Abschluss präsentieren möchte, ist der Laut. Hush, 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 hush. Hush, 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 hush. Hush, hush, hush. Hush, hush, hush. Hush, hush, hush. 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 Tschüss